Bei so einem harten Tag haben wir natürlich was leckeres verdient wie jemanden. Eieieieie, was heuer. Speckpferlinge. Und noch was Parellen. Auch mit Pferlinge. Lecker. Guck mal, was für eine schöne Blumen wir haben. Bäm, ne? Bon Appetit. Immer wieder muss ich mich für euch opfern. Und ihr macht nicht mal Likes. Traurig. Jetzt habe ich sogar vergessen mal Nachttisch aufzunehmen, weil ich die Hälfte weggefressen habe. Der schmeckt richtig gut. Schloss Eisbecher. Boah, keine Ahnung was drin ist. Auf jeden Fall Explosion. Von Geschmack Explosion. So, Abendessen fertig. Wir sind rechtzeitig reingekommen. Gewitter. Ja, aber nicht nur von Himmel. Auch hier gegenüber. Keine Ahnung was da für ein Kirmes ist. Auf jeden Fall. Sieht nicht nach der Rückseite aus. Andere Seite vom Schloss. Und es regnet jetzt ordentlich. Haben wir wahrscheinlich ganze Nacht hier Spaß oder so. Quatsch. Die hören irgendwann mal auf. Und Fenster sind eigentlich sehr gut dicht. Siehst du? Hört man kaum was. Hehehe. Ja. 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 Ja.